Die 5 genialsten Tipps für kleine Wehwehchen. Nummer 1. Wodka gegen Stinkfüße. Waschlappen tränken, anschließend abtrocknen. Desinfiziert und verringert Feuchtigkeit. Nummer 2. Bleistift gegen Kopfschmerzen. Was? Zwischen die Zähne klemmen, wirkt entspannend für die Kiefermuskulatur. Nummer 3. Zwiebeln gegen Bienenstiche. Stachel raus. Halbieren und draufhalten. Desinfiziert und zieht das Gift raus. Im Falle einer allergischen Reaktion, Stiche im Mund oder am Hals, suchen Sie schnellstmöglich einen Arzt oder ein Krankenhaus auf. Nummer 4. Natron, um Splitter zu ziehen. Mit Wasser zu einer Paste verrühren und auftragen. Haut quillt auf. Splitter lässt sich mühelos entfernen. Nummer 5. Oliven gegen Übelkeit oder Reisekrankheit. Einfach einige kauen. Gerbstoffe trocknen den Mund aus. Das mulmige Gefühl verschwindet. Die 5 genialsten Tipps für kleine Wehwehchen von Ihrer BigDirectGesund. Ingridanda coins. Hier kann ich mit Wasser kommen. Die Magen. Hinterprodukte zieht das ein Center Ich الف shutte. Die Magen.